malzeit ihr anchovies knochen wieder hier mit dings dieser person da und heute machen wir uns einfach mal ein späßchen hier fahren wir die rang einser hier ich habe die black swan und sie das war eine frage und dann tauschen wir mal das heißt sie fährt die black swan und ich die so wo fangen wir lang ich guck wenigstens auf die karte ja das ist schon eine rüber ist uninteressant bis sie wieder kommen da scheißt keiner sondern schießt hast du gesagt so gleich kommt hier einer irgend so ein untermensch hat gerade auf mich geschossen so ein dreck weißt du konzentriert dich wir waren ja alle weg ich glaube wir sind hier gleich tierisch an der backe und zwar an der arschbacke ich weiß nicht was er macht ich glaube die wollen hier nicht her die wollen zu den anderen ok dann drehen wir auch komm entdeckt siehste ja jetzt hast du einen an der backe jetzt muss ich dich retten du mich retten komm war das so unschöner zieht der treffer jetzt verrecke wieso schießt er auf mich alter wer was entschuldigung ja unkir geklaut schöne scheiße hier soo ich würde dir empfehlen dass du weg fährst irgendwie echt? mhm hab dich jetzt selber nicht gewusst echt deswegen sag ich's dir ja liebse noch okay schon an shit zahlst du den einen hatte ich ja schon fast dumm didi und dumm didi und dem Führer fehlt ein Ei und wie greift es? ach so bist du schon ihr seid so ein guter Böse jetzt versucht er mir die ganze Zeit auszuweichen tja ich bin hier gestorben eigentlich nicht aber ja komm wenn man das andere schuld kann ich nicht mehr machen hier echt sag mal die klauen die mir ja alle kills oder was ja momentan ist es ja ausgeglichen oder war da gerade noch einer jetzt fährt er zurück fährt er noch raus oder bleibt der Interview um? scheiß da ja ja ach scheiße ich muss mich mal bewegen hier sonst ist gleich feierabend ja ich denke mal das sieht scheiße aus ich weiß nicht ob so am Wochenende liegt ne ich muss irgendwie weg hier das geht gar nicht und ich krieg immer ne Anzeige Beschuss von dreien ne oder zumindest drei äh zählen auf mich ja nur weil ich abhaue da war gerade einer oh hier die blöde Sau das gibt's doch nicht die haben komisch voller Leben noch ja ja für uns wird das scheiße natürlich ja ich weiß nicht das sieht also gut ja nee ich bin dabei ja sind wir als gut das hingerische Team hat die Führung übernommen da guck mal da 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 joo da ist so gut leckeres da guck mal da 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 wo Was talk to me, oder was? Hm? Hm? Ja, du machst das auch immer. Ja, aber nicht so wie du. Wie? Nicht so wie ich? Ich mach das ein bisschen feinfühliger hier. Du! Oh Gott! Ja. Ey, kein Versenkt, das ist... kommt zu glauben, ne? Alle am K... essen hier wie die Wahnsinnigen. Oh, tuttos Fickels. Stirb doch! Ja, aber der andere, äh, der scheiß Hermelin hat voll die hohe Reichweite, ne? Jetzt muss ich auf den Penner zu fahren. Sonst treff ich da gar nichts. Ja. 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 Joaah! Ich bin der letzte! ich weiß nicht ob ich den noch kriege hier ich treffe nicht gut genug die zitadelle das ist das problem ok den habe ich noch aber das ist ein bisschen blöde ich verrecke gleich ja erst loch aber hätte ich noch hätte ich nicht den brand noch so lange drauf gehabt man sieht ja auch anhand der statistik wer wie gekämpft hat so dann wechseln wir mal so wie gesagt weiter geht es jetzt haben wir die seiten gewechselt me but love you ok das war ich die bauzernville ich glaube die heißt bauzernville und frau kaiser fällt jetzt mit der wird jetzt gewinnen mit der black swan hier ist so ein typ ich glaube der heißt me but love you me but love you mach ihn lieber lang sarki sarki so wo fangen wir hin das ist immer gut wo hin du auch immer fährst sprech doch in das scheiß mikro ich glaube hier muss jetzt jemand vernichtet werden ich fahre ja wofür ist eigentlich dieser knopf hier ich bin so ein noob ey ja der kann das aus ist das super gg gg allen oder was oder gg d'agostino ich hab grad äh einen voller stoß gesehen und jetzt ist auch ein shifter hallo und da schießt noch einer ja da sind sie und da kommt schon der nächste was ist denn da oh ich hab's amort ne hier wird's ein bisschen voll jetzt gg was hast du gemacht was macht denn gg oh gg weißt du was ich glaub wir sollten weg hier irgendwie ist das nicht so cool hier ja der kann's aber nicht der eine hier fährt zurück micky micky rommel ach so ja dann schließlich mal auch vorkommen wieso ich hab da ne höhere reichweite hier mit dem schiff äh ist jetzt nicht dein ernst oder du bist doch das ding gerade gefahren ich bleib mir auf den sack gehen der penner hier ich drehe durch echt jetzt hau mit deiner karre ab hat jetzt hing das so bei mir gestern nur weil du nicht fangen kannst jetzt dreht du wieder mir vor die vor die Nase echt äh ich hör dich super schlecht hallo du verzerrt jetzt besser irgendwie irgendwas war gerade mit dem netz bei irgendwem hier oder weiß ich nicht sag mal bist du geisteskrank oder was Mann du bist mir ständig vor die Nase ich lehne doch mal zu fahren ey ich lehne doch mal zu fahren ey er ist da ja ver Ich glaube, der fährt die Insel lang, oder? Oder nicht? Ich habe voll die brutalen Lags hier gerade irgendwie. Alter, was ist los hier? Alter, was ist das denn hier? Ich glaube, ich fliege aus dem Spiel raus gerade. Das gibt es doch nicht. Was zur Hölle? Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst hier, oder? Ich dreh ab. Schmeißen Sie mich raus hier, ey. Fuck off, ey. Erlebe ich noch? Alter, was ist mit diesem scheiß Netz los? Das regt mich richtig auf. Ich glaube, fast mein Modem ist irgendwie hinüber, oder so. Ja, kann ja nicht sein hier. Wo ist ein anderer Typ? Der ist hinten. Ja, ich sehe ihn. Versuche gerade auf ihn zuzufahren, irgendwie. Ja, da ist hinter der Insel, für uns. Ich sehe da noch ein Schiff, einfach... Was ist mit dem Schiff? Ist das ein Frack, oder was? Mhm. Ich glaube, der fährt gar nicht, kann er sein? Ich glaube auch. Na, der muss abgehauen sein, oder ist auch rausgeflogen? Weiß ich nicht. Oh, ich krieg'n Kill. Scheiße, ich krieg'n Kill. Ah! Ja, man kann es sein, dass ich jetzt in zwei Runden nur einen Kill gemacht hab? Wieso bist du über mir? Mit... Pfff! Guck mal, der Typ, der überlebt hat, ist der Schlechteste von deren Spielern, irgendwie. Was hat er gemacht? Ja, ich sag mal... Trotz technischer Schwierigkeiten, danke fürs Zuschauen. Hinterlasse ein Abo. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Ja, aber... Bis später. Und, äh, ja, jetzt hat sie mich wieder aufs Konzept gebracht, die... Also, ich sag mal, tschüss dann. Also, bis denn! Ciao, ciao! Tschüss, tschüss... too...